Es hat mal wieder viel zu lange gedauert, bis wir hier in diesem Screen angekommen sind. Und damit kehren Leute was geht ab und herzlich willkommen zu Stray. Oh mein Gott, ich hab mir das Spiel damals vorbestellt, 3-4 Monate bevor es rauskam oder so, oder direkt am Vorstellungstag, wie auch immer. Es kam raus, ja, in der Woche hatte ich dann Corona und die Woche drauf haben wir dann meinen PC auseinandergebaut, der jetzt halt schon, sagen wir es wie es ist, eine ganz schöne Weile nicht so ganz funktioniert hat. Deswegen freut es mich umso mehr, das Spiel erstmal leiser zu machen und hier rein zu starten. Let's go. Kann ich den Platz auswählen? Ja, let's go. Da sehe ich mich doch. Da sehe ich mich doch. Und ich schätze, an der Stelle geht es los. Oh mein Gott, sieht dieses Spiel gut aus. Ey, das sieht echt... Also, erstmal, wie nennen wir uns? Wir brauchen einen richtig krassen Namen. Dafür, dass ich die Kamera nicht auf mein Gesicht kriege. Kriege ich einen Shot, bitte? Hallo? Ach, ich gebe es auf. Wir sind... Oh, wir können zoomen. Oh, und damit verstellt sie auch ein bisschen der Fokus. Oh, wie krass. Okay, wir können... Wir können miauen. Alles an diesem Spiel ist so perfekt. Also, wir haben diesen Zoom und sonst können wir nichts. Ich würde sagen, wir gucken uns das alles mal an mit Y. Ich liebe Katzen des Todes. Sie sind so süß. Oh mein Gott. Hör doch auf. Dieses Spiel ist so genial. Ne, nächste Katze. Oh, hier wird gefeidet. Katzen sind einfach so unfassbar süß. Oh mein Gott. Könnt ihr mir nicht erzählen? Ich überlebe das nicht. Ich explodiere gleich. Süßheitsfaktor. Moin. Krass, dieses Game einfach aussieht. Hier geht scheinbar nicht weiter. Oh, wir können... Ne, wie habe ich das gerade gemacht? Ah, mit ZL können wir rennen. Ähm, ich würde jetzt aber ganz gerne erstmal wissen, was so unsere Aufgabe ist. Ich lege mich mal da dazu. Vielleicht ist das unsere Aufgabe. Keine Ahnung. Scheinbar schon. Sieht zumindest mal gut aus. Amen. Innerhalb der Mauer. Oh mein Gott, ist das genial gemacht. Oh, wir können hier... Ich glaube, ich sollte nicht in das Wasser gehen. Sind wir uns einig? Komme ich hier runter? Ah, okay, okay. Man muss also für Bewegen A drücken. Also für... Wasser? Wasser? Kein Thema? Ey, also, come on, diese Welt sieht ja so krass aus. Ich sehe es zwar genauso nur wie ihr in Full HD, aber das sieht krass aus. Ich habe tatsächlich das Spiel da drüben in so einem ganz kleinen Fenster laufen, damit mein PC nicht abstürzt, während ich das aufnehme. Weil ich dachte mir schon, dass das so krass aussieht. Wow. Ich habe in den Trailern tatsächlich nicht sehr viel mitbekommen. Ich weiß nur irgendwie, wir sind dann nachher in so einer komischen Stadt. Ja. Ja. Das weiß ich. Genau, das habe ich schon gelernt. Und irgendwie komische Roboter, Leute. Genial. Laufen wir mal hier lang. Keine Ahnung, ob man irgendein krasseres Ziel in diesem Spiel verfolgt. Oder ob es halt wirklich nur so straightforward ist. Ich weiß, es gibt Steam Achievements. Die habe ich schon vor einem halben Jahr gesehen, als ich krank war. Zack. Da sind wir oben. Wir sind sehr athletisch. Gingen irgendwelche Ölfässer. Ich frage mich sowieso, wo wir uns hier befinden. Boah, wie krass. Also. Movement on top. Da können wir einen Baum kratzen. Ah, so. Und dann vibriert das auch noch passend. Ey, oh mein Gott, wie krass. Zack, 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 komm, komm, komm. Ja, da bin ich voll hier am Start. Das hört auch von alleine wieder auf. Ne, da müssen wir schon Stop drücken. Okay. Was hier? Ich will mich hier richtig umgucken. Dieses Spiel sieht so genial aus. Hier hoch komme ich? Ja, wunderbar. Jao. Jao. Zack. Gotta go fast. Also, ne. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber das ist doch mal. Das ist doch mal das krasseste Bild, was ihr dieses Jahr gesehen habt, oder? Das sieht so genial aus. Ey, dieses Spiel ist ein grafisches Wunder. Hier können wir was machen. Essen wir? Nein, wir trinken. Und mit Y können wir auch wieder aufhören. Wie cool. Und wir gehen jetzt mit unserer Katzen-Gang. Steppen wir hier lang. Dieses Spiel sieht so geisteskrank schön aus. Zack. Oh mein Gott, ich liebe es. Hier ist wieder ein bisschen Ölfässer. Ich schau euch das an. Hier sind so Doors. Oh, hier geht's runter wieder. Ich hab ein bisschen Jump'n'Run angesagt, aber I guess runterfallen ist an der Stelle hier nicht. Ich will auch da oben laufen. Da fühl ich mich krasser mit. Meint ihr, man kann... Oh, man kann da runter. Ja, tu ich das doch. Manchmal bleibt die Katze stehen. Das ist komisch. Wir brauchen einen Namen für die Katze. Was ist denn krasser Katzen-Name? Aha. Alte A. Cool. Hat nicht funktioniert, Sprünge zu verkaufen. Also manchmal... Also da bleiben wir irgendwie stehen. Das ist komisch. Aber okay. Ach, hier hätten wir sowieso lang gemusst. Hier schmeckt's nach Wasser. Aha. Miau. Ich komm ja schon. Guys. Ich bin direkt hinter euch. Oh, hier wird lang gesprintet. Oh, was willst du hier machen? Ah, die fängt irgendwas. Wie süß. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist so genial. Ich will mich hier aber gut umgucken. Ich glaub, da unten geht's weiter. Katzen kommen ja durch alles durch. Hier können wir uns tatsächlich... Ich fühl auch diesen Zoom-Modus, fühl ich echt. Können wir einfach diese Katze hier näher anschauen. Guck mal. Ja, so viel dazu. Jetzt aber. Ey, das sind so krasse Screenshots, die man machen könnte. Einfach nur genial. Können wir hier? Halte L. Ja. Oh mein Gott. Es sieht so gut aus. Was ist denn das? Oh, oh, oh. Hier wird Jump and Run scheinbar schon schwerer. Als ob Katzen sowas können. Wie krass sind Katzen denn bitte drauf? Manchmal stimmt die Störung noch nicht ganz, aber das ist okay. 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 Hey, das ist so mega süß gewesen, aber so traurig. Oh, sie humpelt. Nein. Alles ist gut. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich glaube, nach da vorne. Ich fühle mich aber... Oh, tut mir so leid. Mann. Hört doch auf. Spiel. Was war das? Hä? What just happened? Bin ich tot? Bin ich tot? Bin ich tot? Was waren das für Viecher? Was waren das für Viecher? Können wir wieder rennen? Können wir wieder rennen? Schade. Aber auch nicht so schlimm. Das sind so komische Viecher langgegangen. Okay. Uns geht's wieder gut. Seht ihr das? Laufen wieder. Wir sind wieder im Race. Aha. Okay. Also, auf jeden Fall sehr, sehr dreckig hier. So stelle ich mir tatsächlich unsere Planeten in 50 Jahren vor. Irgendwie. Ist ja auch egal. Hier geht's anscheinend durch. Ja. Das findet sich hier hinten. Ey, das entwickelt sich gerade voll zu einem Horrorgame. Ich habe... Das sieht so bleich hier aus auf der Aufnahme. Es tut mir so leid, wenn das wirklich so schlimm bei euch aussieht. Ah, der Monitor drüben hat HDR. Macht Sinn. Oh, und da sind wir auch schon in der Serie. Und wir haben ein Steam Achievement, was ihr nicht sehen könnt. Fehlsprung heißt das Ganze. Ey, das sieht auf dem anderen Monitor echt viel krasser aus als hier. Aber auf dem anderen Monitor ist ja klar. Hallo? Das war nicht der Plan. Okay. Totenstadt. Ja. Oha. Ach du meine Güte. Geh doch weg. Ich bin hier. Zack. Yo, driften. Wir reden nicht drüber, dass wir mit der Katze driften können, okay? Nehme ich nach Möglichkeit mit keinem von diesen Viechern anlegen. Falls sie denn böse sein sollten. Das ist eine Kamera. Geht, Kollege. Auf mich zu stalken. Da vorne blinkt was. Da sollten wir vielleicht mal gehen. So Seitengassen. Also ich weiß nicht, ob das Seitengassen sein sollen. Aber das ist ja wirklich alles zu gemüllt hier. Ja, also ab dem Punkt würde ich mir dann auch einen neuen Monitor kaufen, tatsächlich. Ach ja. Schreibt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel selber besitzt, ob ihr es spielen werdet. Oder ob ihr euch erstmal bei mir inspirieren lasst, ist dann nachher zu kaufen. Krass, wo wir überall einfach hinkommen. Dann steppen wir hier mal weiter. Keine Trompeten. Und... Und... Humanoid ist personell only. Genau. Personal ist glaube ich nicht personal. Help. Okay. Ähm... Bin wieder unterwegs. Über... Sumpf. Ist der Sprung machbar? Ja, scheinbar schon. Was soll ich denn hier? Warum bin ich hier? Bin ich jetzt hier hochgegangen? Egal. Gehen wir mal weiter. Darüber glaube ich, ja. Hier gibt es einen Kaffee. Boah. Habe ich auch einen unten vergessen, tatsächlich. Den wollte ich vor der Aufnahme noch trinken. War ein Espresso. Ja. Habe ich scheinbar vergessen. Follow me. Ah, ah, follow. Ah, follow me. Natürlich folge ich dir. Kein Problem. Ich traue jedem, jedem Werbeschild, was mich persönlich anspricht. Natürlich sofort. Hier ist Hack gespeichert. Ey, dieses Spiel sieht unfassbar schön aus. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich nach hier oben, oder? Hören wir mal den Jump. Ob ich da durchkomme? Ich bezweifle es. Da kommen wir doch nicht hoch, oder? Tut doch weh, wenn ich da durchkomme. Nee, 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 vergiss es. Hier muss man doch bestimmt irgendwie erst was machen. Oh, ich feiere diese Vibration so stark. Und jetzt nehmen wir den mit und schmeißen den da rein, dann stoppt das. Also bei jeder, wenn man weiterfällt als ein paar Meter oder so, dann tatsächlich... Vibriert der Controller. Ja, von der Skala von 1 bis... Boah, ist das tief. Ach du meine Güte. Ja, da wollen wir lieber mal nicht runterfallen. Heißt aber nicht, dass die Dosen nicht runterfallen sollen. Wenden, das ist ein Achievement. Werfe alle Dosen runter. Oh, das ist ein Weiterspiegel. Will da rüber, ja. Da hoch. Ist noch eine Dose. Oh, die Kameraperspektive ist neu. Oh, ich glaube, da müssen wir hin. Zack. Mann. Zack. Ja, wusste ich es doch. Follow me. Ja, ich komme doch schon. Ui. Sind wir hier? Oh, hier können wir was machen am Teppich. Ah, das hat meine Katze früher auch immer gemacht. Nur nicht am Teppich, sondern an der Seite vom Sofa an so einem Kunstlederbezug. War nicht so nah. Oh, wir können Sachen umwerfen. Ich liebe dieses Spiel. Wuhu. Je mehr man mit Sachen interagieren kann, desto besser. Aber das ist so ein ruhiges Spiel. Da entspannt man sich ein bisschen. Da fährt man Fahrrad nebenbei. Nice. Wir können da sogar drunter. Dann durch das Bett durchgucken. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier weiter. Das interagiert natürlich mit uns. Das ist die Geräusche. Wie können wir was essen? Oh ja, wichtig. Nicht, dass wir verhungern. Keine Ahnung, ob wir in dem Spiel verhungern können. Ey, das sieht so geisteskrank aus, dieses Game. Wobei UBS unterstützt doch jetzt auch HDR-Aufnahmen, oder nicht? Okay. Ich weiß nicht, ob ich den noch followen möchte. Aber wisst ihr, wem ihr followen könnt? Mir. Und zwar unten mit dem Abo-Button. Das war... Also komm. Das habe ich doch jetzt verdient. Der war... Das war eine stronge Überlegung. Hui. Ich glaube, wir sollen da lang. Das heißt, wir gehen hier lang natürlich. Wo gehen denn diese Viecher immer hin? Ich will mich nicht mit denen anlegen, aber ich will... Damit ich wegrenne. Ich habe ein Display. Moin. Moin. Das ist so mega süß, wie wir versuchen da mitzuspielen. Aber der ist halt tot. Ach ja. Geht der weiter? Nee. Ähm. Ich schätze mal nach hier oben. Zack. Shazam und Wham. Die Musik sagt mir zu. Die gibt mir so... Weiß ich nicht. Die gibt mir auf jeden Fall Vibes. Ah. Wir sind in der Kiste. Und ich glaube, das sollten wir nicht. Oh. Katzin. Lauf um dein Leben. Habe ich vorher schon gesagt. Ah. Oh mein Gott. Ich bin gar nicht hier. Oh. Hier müssen wir gar nicht jumpen. Ach du meine Gruppe. Ach du meine Gruppe. Okay. B-Spammen beim Laufen. B-Spammen. Sind das Zecken? Das sieht aus wie kaputte Zecken. Ich will es gar nicht so genau... Oh mein Gott. Ich will es gar nicht so genau wissen. Ich will hier nur ganz dringend weg. Ich spam doch schon B-Deep. Weiß ich nicht was. Also man kann in dem Spiel sterben, Geist. Das ist kein entspanntes Spiel. Oh mein Gott. Lauf um B-Spam. Das ist die Devise. Ach du meine Gruppe. Wo muss ich denn lang? Ah. Geh weg. Haha. Stressigstes Game 20, 23. Äh. 22. Ich lebe in der Zukunft, Leute. So wie das Spiel scheinbar auch. Oh. Ich glaube, wir sind dann gekommen. Ich hoffe schwer, dass wir entkommen sind. Denn. Wie es beim nächsten Mal weitergeht. Sehen wir beim nächsten Mal tatsächlich. Wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat. Lasst einen Like da und abonniert den Channel. Um die nächste Folge nicht zu verpassen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.